Wir sprechen heute weiterhin um den Glauben. Und die Bibel sagt, ohne Glauben kann man kein Wohlgefallen vor Gott haben. Wenn du ohne Glauben betest und etwas ohne Glauben von Gott erbittest, dann bekommst du es nicht. Wir brauchen den Glauben. Ich glaube, dass je länger wir mit Gott den Weg gehen, dass wir vom Glauben in den Glauben hineingehen, von der Herrlichkeit in die Herrlichkeit. Und in der ersten Predigt habe ich gesagt, wie wichtig es ist, Gott zu vertrauen. Und bei dem Sündenfall ging es nicht nur um den Ungehorsam, sondern sie haben Gott nicht mehr vertraut. Der Teufel konnte sie überlisten. Und hat gesagt, Gott hat etwas Wichtiges für euch verheimlicht. Und Adam hat gedacht, Gott hat etwas von mir versteckt. Und Eva hat gedacht, es ist etwas Kostbares, was Gott versteckt hat. Die erste Grund für die Trennung zwischen Menschem und Gott war das Unvertrauen. Und diese Worte des Glaubens, die ich heute von Jüli gesagt habe, wenn sie gesagt hat, ich glaube daran, dass sie Zeit kommt, wo ich Zeugnis ablegge, dass man jemand sich bekehrt hat, nicht weil sie ihren Mann zwingt sich zu bekehrern, sondern weil er anfängt Gott zu vertrauen. Und weil sie Gott vertraut, dass Gott dies in ihrem Leben bewirkt. Warum? Weil es in der Bibel so steht. Du wirst errettet und dein ganzes Haus ist. Und wenn wir über den Glauben sprechen, müssen wir uns daran üben, mehr Vertrauen zu Gott zu haben und darauf zu vertrauen, dass Gott uns nie im Stich lässt, dass er uns hilft, alles zu durchleben. Dass all seine Gesetze, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass sie uns, ja, um etwas bringen. Sie in Wirklichkeit dienen sie dem Guten. Amin. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, dass es wichtig ist, nicht einfach trocken die Bibel zu lesen, sondern Gottes Wort zu hören, damit wir dieses Wort Gottes im Leben anwenden. Und unser Leben fängt sich an zu verändern, wenn wir Gottes Wort in die Praxis umsetzen. Und sonst werden wir einfach nur religiöse Besserwisser. Und heute möchte ich etwas noch Wichtigeres besprechen. Что-то, was Gott braucht, um uns zu helfen, im Glauben zu wachsen. Wisst ihr, was Gott braucht, um uns zu helfen, im Glauben zu wachsen? Ich weiß nicht, erinnert ihr euch an diese Stelle aus der ersten Predigt. Ich habe das schon mal erwähnt. Gott braucht andere Menschen. Du kannst nicht einfach... Du kannst nicht einfach... Du kannst nicht einfach... Für die verschiedenen Gaben nehmen, um daran zu zählen, damit wir einander dienen, bedenzen. Damit wir einander erbauen. Ermutigen. Ich tröne. Das Wort «einander» findet man in der Bibel ganz oft. Als Gott uns errettet hat, hat er vorherbestimmt, dass wir nicht in der Einsamkeit sind, sondern er hat uns in die Gemeinschaft geführt in sein Leib, damit wir Gemeinschaft miteinander haben. Manchmal bringt Gott auf übernatürliche Art und Weise Menschen und unsere Leben. Manchmal ist es ein kurzes Treffen, dass das Leben eines Menschen verändert, dass wir uns klarheit gibt, jemand kommt für kurze Zeit, jemand für eine bestimmte Periode, und jemand bleibt vielleicht für mehrere Jahre. Ich werde kurz überprüfen, ich werde überprüfen, ich werde überprüfen die Bibel von 8. Ich werde kurz das Ereignis aus der Apostelgeschichte im Kapitel 8 wiedergeben. Dort handelt es um einen Oinuch, ein reicher, gelehrter, er war ein Hofbeamter aus Äthiopien, heute würde er vielleicht als der Finanzminister bezeichnet werden. Er war ein Heide und kam nach Israel, um Gott anzubeten. Und er steht geschrieben, dass er in seinem Wagen unterwegs war, und das Buch des Propheten Jesaja gelesen hat. Und als er das gelesen hat, hat er nichts verstanden. Und als er das gelesen hat, hat er nichts verstanden. Hat er geschrieben, dass die Bibel gelesen hat, hat er nichts verstanden. Es wird als verschlossen beteiligt. Und du denkst, was steht denn hier? Warum ist es denn so schwer zu verstehen? Und es gibt Gaben, die Gott der Gemeinde gegeben hat. Menschen, denen Gott die Erkenntnis in der Schrift gibt, damit sie anderen Menschen helfen, diese Schrift zu verstehen. Und Gott nimmt seinen Diener und schickt ihn auf die Straße, wo dieser Wagen unterwegs ist. Und gibt diesem einfachen Menschen den Willen, zu diesem Hofbeamten zu gehen und ihn zu fragen, verstehst du, was du da liest? Und der Hofbeamte sagt, nee, ich verstehe das. Er hat es ihm erlaubt, in seinen Wagen zu kommen. Und Gott hat Philippus die Fähigkeit gegeben, dem Hofbeamten das zu erklären. Und als er ihm das erklärt hat, sind sie am Wasser vorbeifahren. Und dieser Eunuch hat gesagt, dort, siehe, da ist das Wasser, was hindert mich daran, mich taufen zu lassen. Und Philippus hat ihn dort getauft. Das war ein übernatürliches Treffen. Und Gott war der Initiator dieses Treffen. Und Gott hat diesen Hofbeamten gesehen, er hat gesehen, dass er nach Gott sucht und dass er vor einer Wand steht. Er sendet ihm keinen Traum, kein Engel, sondern er nimmt einen anderen Menschen und sagt, dieser Mensch wird dir helfen. Gott, sehr oft, um uns in unserem Leben, Menschen, die uns helfen, im Glauben zu lassen. Und manchmal sind das einfache Leute, die von Gott in unserem Leben sind, damit wir im Glauben zu lassen. Vielleicht ist das wie bei Philippus, ein kurzes Treffen, was uns einfach auf ein anderes Level bringt und danach trennt sich. Иногда ist das ein Saison in der Welt. Manchmal sind es bestimmte Perioden im Leben, wo Gott den Menschen in eine bestimmte Periode des Lebens bringt. Понимая, сам du ihn nicht пройдest und nicht выйdest отсюда, тебе нужен кто-то, als Naastricht. Weil Gott sieht, dass du das alleine nicht schaffst, du brauchst jemanden, der dich leitet. Es gibt noch eine interessante Geschichte. Sie steht im Kapitel 10 der Apostelgeschichte und dort lesen wir über Cornelius. Er war ein sehr guter Mensch. Er hat Gott geliebt, hat viel Gutes für die Armen getan, er hat die Menschen geliebt und Gott hat ihm ein Engel gesandt. Als er gebetet hat, Gott hat ihm ein Engel geschickt. Ich möchte dich ermutigen, dein Haupt zu senken und vor Gott zu beten. Nachden Sie Zeit zu finden, um zu beten. Er hat dich von allem abzuschauen, Gott zu suchen, ihm näher zu kommen. Und er hat diesen Engel gesehen, und er hat diesen Engel gesehen, ich möchte, ich möchte, dass du auch in deinem Leben übernatürliche Erlebnisse mit Gott hast. Und er hat diesen Moment, dass du auch in deinem Leben bist, wenn du auch in deinem Leben bist, und es wird wie zu einem Gedenkstein in deinem Leben. Und ich hoffe, du hast solche Momente. Wenn du weißt, dass es Gott gibt, und du brauchst keine Beweise. Wenn du weißt, dass es Gott gibt, und du brauchst keine Beweise. Wenn du jemanden eintrichtern möchtest, dass es Gott nicht gibt, dann wirst du lächeln und sagen, aber ich weiß, dass es ihn gibt. Ich kann mich erinnern, es gab die Zeit im Komunismus, wo bestimmte Gelärte von Ort zu Ort gefahren sind, um zu lernen, dass es keinen Gott gibt. Und alle wurden an einem Ort versammelt. Der Lektor kam und hat die Menschen sozusagen belehrt. Und in einem Dorf wussten alle, dass es ein Gotteshaus gibt. Und ein Glaubender wurde auch dazu gezwungen, zu diesem Lektor zu gehen. Und der Lektor hat seine atheistische Predigt fortgesetzt, hat gesagt, das ist alles Opium für das Volk. Und als alles beendet war, als die Menschen wieder in ihre Häuser gingen, kam er zu einer älteren Dame. Er wusste, dass sie gläubig war. Und hat sie gefragt, na, Oma, gibt es Gott? Und die Oma sagt, ja, mein Sohn, es gibt ihn. Und daraufhin hat er gesagt, aber, ja, du hast ja zugehört, das ist doch alles total unlogisch. Und die Menschen sind ins All geflogen, und Gott gibt es nicht, keiner hat ihn gesehen. Und du glaubst wirklich an diese ganzen biblischen Geschichte. Und du glaubst auch an die Geschichte, wo Jona im Bauch eines Fisches war und nach drei Tagen wurde Jona ausgespuckt. Und diese Oma schaut ihn an, lächelt und sagt, mein Sohn, wenn dort stehen würde, dass Jona den Fisch gegessen hat und drei Tage mit ihm geschwommen ist und drei Nächte und danach ihn ausgespuckt hätte, dann würde ich auch das glauben. Vielleicht klingt es für dich unlogisch, aber es gibt Momente, die überhaupt nicht logisch sind. Когда Gott делает чудесa, они вообще nilogisch sind. Когда Gott делает чудесa, они вообще nilogisch sind. Bывает, море расходится, das Meer spreizt sich, бывают, топоры всплывают, aus nichts entsteht etwas. Когда Gott делает чудесa, они nilogisch sind. Aber wenn du Gott persönlich erlebstst, du hast ein persönliches erlebnis mit ihm gehabt, dann wirst du auch nicht von einem Traktor von deiner Meinung weichen und du wirst auf der Schrift stehen. Und wieder zurück zu Cornelius. Er hat einen Engel gesehen und der Engel hat zu Cornelius gesprochen, dass deine guten Taten, dass du deine Spenden getan hast, deine Gebete, sind vor Gottes Angesicht gekommen. Und das, was du heute geopfert hast, kommt auch eines Tages. Und ich freue mich, es gibt wirklich Menschen, die viel opfern. Und ich weiß, dass es Gott wohlgefällt. Und Gott sagt, пошli in dieses Haus zu einem Menschen, rufi dort einen Menschen namens Petrus, das war Apostel Petrus, und er kommt zu dir und wird dir das Wort des Lebens sagen. Wow. Wow. Вот представьте sich, объявляется Angel. Stellt euch vor, der Engel kommt. пошli in diesen Ort, in diese Stadt, пошli, приведи сюда такого важного человека. Он придет к тебе, скажет что-то. Wo Gott sagt, geh in diesen anderen Ort und triffst du jemanden, der wird dir das Wort des Lebens sagen. Ich habe eine Frage. Hättest du ihm das nicht selber sagen können, oder der Engel? Kann der Engel denn Cornelius nicht selber sagen alles, was er zu wissen braucht? Nein, kann er nicht. Denn Gott gebraucht Menschen, damit sie das Evangelium predigen. Das ist die Aufgabe der Jünger von Jesus, das Evangelium zu verkünden. Und ich danke Gott dafür, dass Gott uns diesen Befehl gegeben hat. Wenn Gott heutzutage den Ungläubigen Menschen die Augen geöffnet hat, und sie die Geistliche Welt sehen würden, die Engel, die hier sind, die Dämonen, die hier sind, die ganze Geistliche Welt so wie sie ist, dann würden die Menschen aus Angst sich bekehren. Aber die Menschen kommen zu Gott durch den Glauben und nicht durch das, was sie sehen. Und Gott hat der Gemeinde befolgt, das Evangelium zu verkünden, und nicht durch die Engel. Und Petrus kommt, beziehungsweise Cornelius geht zu Petrus und dort erfährt er, dass es Jesus gab, dass er für die Sünden gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass der Heilige Geist gekommen ist. Und als er dieses Wort spricht, kommt der Heilige Geist, erabt sich an den Zungen zu beten. Manchmal braucht Gott Menschen, um uns zu helfen, um uns zu helfen, um uns zu helfen, die Worte des Lebens zu hören, uns im Glauben zu unterweisen, oder uns in einer Sünde zu überführen. Gott hat den Propheten Iona genommen, hat ihn nach Nenevi gesandt, damit er damit er verkünden kann, dass das Urteil Gottes nahe ist. Gott braucht andere Menschen auch in unserem Leben, um uns zu helfen, geistlich zu wachsen. Ich habe ihn gestern mit Pastor Jury aus Frankfurt gesprochen. Sie kamen vor kurzem aus Singapur zurück. Mit anderen Pastoren aus Russland und den baltischen Ländern waren sie bei einer Pastor-Rund-Versammlung. Und ich habe ihn gefragt, was hast du da gesehen, was hast du erlebt? Er hat mir ein paar Videos zugeschickt, die er aufgenommen hat. Und in einer Gemeinde waren bei einem Gottesdienst 26.000 Leute. Und die andere Gemeinde war ein bisschen kleiner. Dort gab es in erster Linie junge Leute. Diese Gemeinde bestand aus ungefähr 3.000 Menschen. Und er sagt, hör mal, in Singapur ist es mit dem Christentum viel schwerer als in Russland. Ein buddhistisches Land man darf nicht auf den Straßen predigen. Man darf nicht auf den Straßen predigen. Man darf keine Hauskreisgruppen haben. Man darf keine Hauskreisgruppen haben. Und er sagt, und er sagt, jünger schafft. Und er sagt, jünger schafft. dass diese Menschen ein gerechtes Leben vor Gott haben. Und ich sehe auch in unserem Leben, dass wenn es jemanden gibt, der einem Menschen hilft, im Glauben zu wachsen, dann wird dieser Mensch auch wirklich wachsen und fest im Glauben werden. Ekklesiasta 4. 4 главa, ich möchte ich lesen. Изwesende Stichy. eine bekannte Liebelstelle. Ich hoffe, ihr alle kennt sie. 4 Stichy. Ekklesiasta 4.9 und weiter. Написано, двоим лучше, nежели одному. Es steht geschrieben, zwei haben es besser als einer, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, und dieses Schlechtstehen muss man noch unterstreichen. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen, doch wie soll einer allein warm werden? Und wenn er nicht überwältigt wird, wenn jemand jemanden überwältigt wird, dann zwei stehen gegen ihn. Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Und die Nita, auf drei skrucene, nicht скоро wird. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei schnüren reißt nicht so schnell. Обычно это местописание мы читаем на свадьбах. Говоря о муже und жене, wo wir über die Ehegattin sprechen, dass es zu zweit besser als alleine ist. Aber hier geht es nicht nur um den Ehebund. Es ist eine univerzale Bibelstelle, die besagt, zwei haben es besser als einer allein. Можно вернуться к 9-му stichu. Zurück zum Vers 9. Da написано, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, als Jesus seine Jünger ausgesandt hat, hat er immer zwei ausgesandt. Он посылал их по двое. Sie waren immer als zwei ausgesandt worden, und haben das Evangelium veröffentlicht. Ich habe erst neulich wieder eine Information über Pferde gelesen, gehört von einem Amerikaner aus Texas. Und sie haben berechnet, wie viel Last ein Pferd alleine tragen kann. Und eine Lohse kann auf dem Wagen ein bisschen weniger als zwei Tonnen tragen. Und jetzt, Achtung, jetzt kommt eine Frage. Wenn zwei Pferde einen Wagen tragen, wie viel kann ein Pferd tragen? Ein Pferd können ungefähr zwei. Und wie viel können zwei Pferde? Что-то матematica у вас. Одна, zwei Tonnen, zwei. Schlechte Mathematik. Нет, nicht vier. Und nein, es sind nicht vier Tonnen. Bösen 6 Tonnen. Mehr als sechs Tonnen. Das sind, ähm, ja, Statistiken, Berechnungen. Wenn du alleine bist, kannst du nur einen bestimmten Anteil deiner Arbeit machen. Aber wenn du zu zweit bist, die zwei Pferde können mehr als das Dreifache tragen. Wenn du alleine unterwegs bist, jemand hat mal gesagt, wenn du schnell gehen möchtest, dann geh lieber alleine. Wenn du aber lange gehen möchtest, dann musst du zu zweit gehen. Wenn du viel erreichen möchtest, dann kannst du nicht alleine gehen. du brauchst Partner. Du brauchst Partner. Wenn du mit dir betest, jemand, der mit dir betet, oder dich unterstützt, jemand, der dich unterstützt, jemand, der dich ermutigt, jemand, der dich ermutigt, jemand, der dich ermutigt, oder der dich bremst, In bestimmten Lebensabschnitten sendet Gott uns Menschen, zum Beispiel Vers 10. Wenn einer einer von ihnen stürzt, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Ich möchte, dass ihr das durch den geistlichen Blick betrachtet. Ein Sturz kann man als Sünde werten. Oder dass jemand auf den falschen Weg kommt, sich enttäuscht, nicht mehr kann. Mit jedem von uns kann so etwas passieren. Kannst du mir folgen? Wenn es niemanden gibt, der dir auf die Beine hilft, wenn du keinen Freund hast, dem du dich anvertrauen kannst, und sagen kannst du, Mama, ich habe ein Problem. Wenn eine Krise in dein Leben kommt, wo bekommst du deine Unterstützung? Man sagt, der Teufel hat so ein bestimmtes Motto, teile und sei mächtig. In Jakobusbrief steht geschrieben, wenn jemand gesündigt hat, dann soll er seine Sünde bekennen. Du kennst, dass es diese Kraft in der Bekennung gibt. Nicht, wenn wir allen von unserer Sünde erzählen, sondern es geht darum, dass du Freunde hast, Menschen, die Gott kennen, denen du dich anvertrauen kannst. Dschäuel пришел und erinnert mich. Der Teufel ist gekommen und hat gestohlen. Помöge mich mit mir. Unterstütze mich. Ich habe so eine Phase im Leben, wo ich nicht mehr kann. Es steht geschrieben, man wird ihm auf die Beine helfen. Aber es ist schlecht, wenn jemand alleine ist. Es ist ganz schlimm, wenn jemand alleine ist. Wenn du ein geistlicher Superheld bist und alleine unterwegs bist. Es gibt immer jemanden, der stärker ist. Die Frage liegt in der Zeit. Und der Teufel ist hinterlistig und schwindet Pläne und hat schon viele Familien zu Bruch gebracht. Und wir dürfen nicht alleine sein. Wir müssen im Glauben wachsen und reifer werden. Und unser Leben muss sich verändern. Wir brauchen Menschen in unserem Leben, die von Gott sind, die uns helfen, wieder aufzustehen. Manchmal befinden sich Menschen wie in einem Hamsterrad. Man steht auf und fällt wieder. Niemand weiß, dass nur du und Gott so wie wenn man auf Glatteis läuft. Du kannst dich niemandem anvertrauen, aber du läufst auch nicht weiter. Und Gott schickt uns Menschen in unser Leben, damit wir auf die Beine kommen. 12. Vers 12. Последняя часть. Der letzte Teil. Ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Wenn es um zwei Personen geht, dann zwei, 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 zwei. Почему hier drei? Davor geht es immer um zwei Personen, jetzt auf einmal aus drei Schnüren. Потому что есть я, weil es mich gibt, mein Freund und zwischen uns ist Jesus. Знаешь, es gibt некоторые отношения, дружba, wo es nicht zu Gott ist. Und es gibt Freundschaften, wo Gott nicht dabei ist. Und es gibt Freundschaften, wo Gott nicht dabei ist. Und vielleicht sind das auch Beziehungen, die in unserem Leben sein müssen. Aber die Freundschaften, die ein Leben lang halten können, die Freundschaften, in denen Jesus ist. Du brauchst Freunde, mit denen du dich vereinst, wo Jesus zwischen euch ist. Und manchmal Leute sagen, oh, ich kann in der Kirche nicht finden, die Freundschaften, viele sagen, in der Gemeinde kann ich keine Freunde finden, dort in der Welt gibt es viel bessere. Wозможно. Es mag sein. Aber das wird nicht lange halten. Nidka, skrucенная в трое, она не скоро порвется. Ein Seil, was aus drei Schnüren besteht, weiß es nicht so schnell, wenn du die Beziehung zu den Menschen findest, mit Menschen, die Gott kennen, und zwischen euch wird Jesus sein. Dann wird es der Teufel nicht so schnell schaffen, das Seil zu reißen. Die Bibel sagt, oder unterstreicht oft, wie wichtig es ist, Menschen um sich herum zu haben, mit denen du dich auf den Weg machst. dass du einen Menschen hast, der dir hilft, oder dem du helfen kannst. Sprüche 13, 21. Dort steht geschrieben, Wer von Gott nichts wissen will, wird vom Unglück verfolgt. Wer aber Gott gehorcht, wird mit Glück belohnt. Es ist wichtig, nicht nur Freunde in seinem Leben zu haben. Помните das Verражение? Es gibt ja diesen Spruch, sag mir, wer dein Freund ist. Und es gibt eine Fortsetzung. Und ich sage dir, ja, so hast du es auch verdient. Sag mir, wer dein Freund ist. Wenn du gute Freunde hast, wenn du von weisen Menschen hast, wenn du von weisen Menschen hast, wenn du Bösen Menschen hast, wenn die Menschen, die Gott kennt, dich umgeben, dann werden sie dich erbauen. Wenn die Menschen, die dich umgeben, aus der Welt stammen, dann werden sie dich zu Fall bringen. Warum? Warum? Ein Freund ist jemand, dem wir uns anvertrauen können, dem wir unser Herz öffnen, mit dem wir bestimmte Erlebnisse mit dem wir ein Mensch, vor dem wir offen sind. Wir teilen unsere Geheimnisse, wir teilnehmen unsere Geheimnisse, wir teilnehmen unsere Träume, mit einem Freund kannst du über deine Probleme sprechen, und wenn diese Menschen Gott kennen, dann werden sie einen positiven Einfluss auf uns haben. Aber wenn das Ungläubige Menschen sind, die Menschen, die Gott als dummköpfe bezeichnet, werden einen negativen Einfluss auf uns haben. Wir, наверное, множество раз слышали истории, когда люди попадали в тюрьму. oft haben wir Geschichten gehört, wo die Menschen ins Gefängnis kamen, хорошие люди, gute Menschen, mit guten Gewohnheiten, mit guten Verhaltensartikeln, und wenn sie dort beziehungen oder Freundschaft mit den anderen Gefängnisinsassen gepflegt haben, hat sich dann das Leben verschleucht? Hatten diese Gefängnisinsassen Einfluss? 100%. Es gibt Zeugnisse, wo die Menschen aus dem Gefängnis in eine gute Gesellschaft gekommen sind, und diese Gesellschaft hat sie zum Positiven verändert. Ich erinnere mich nicht an den Namen des Films. Es wurde auf Tatsachen verfilmt, über einen schwarzen Jungen, der aus einer schlechten Familie in eine gute Familie adoptiert wurde. Und sie haben ihn geliebt. Sie haben ihn angenommen. Sie haben an ihn geglaubt. Er hatte ganz schlechte Noten in der Schule. Und es wurde bemerkt, dass er gute Fähigkeiten im amerikanischen Fußball zeigt. Und seine Mutter bzw. seine Eltern haben an ihn geglaubt und haben ihm geholfen, diese Fähigkeit aufzubauen, und er wurde ganz bekannt dadurch. Und jemand hat mal so einen Satz gesagt. Sei wachsam. Deine Freunde werden deine Qualität in Gott, deine Fortschritte, deine Entwicklung und die Qualität, die du in Gott hast, und die Qualität deines Glaubens offenbaren, wenn du Menschen hast, die dich umgeben, die Gott kennen, die im Geist beten, die für dich beten, dann werden sie einen positiven Einfluss auf dich haben. Wenn man einen Stein nimmt und ihn ins Wasser wirft. Hat jemand das mal beobachtet, wenn ein großer Stein ins Wasser wirft? dann bilden sich so Wasserkreise. Самая высокая волна, самый большой bryzg прямо возле камня, где он упал. Die größten Wellen entstehen bei dem Einwurfpunkt. Und je weiter die Wellen von dem Stein entfernt sind, desto schwächer sind sie. Самое большое влияние auf unsere Leben. den größten Einfluss auf unser Leben. Самая большая волna die größte Welle sind die Menschen, die uns sehr nahe stehen. Hocst du oder nicht, sie haben eine große Einfluss. Ob du willst oder nicht, diese Menschen haben ein großes Einfluss auf dich. Je weiter die Menschen von uns entfernt sind, desto weniger ist ihr Einfluss. Nаши самые близкие Menschen, die uns sehr nahe stehen, wenn diese Menschen weise sind, wenn diese Menschen von Gott berufen sind, werden sie einen positiven Einfluss in dein Leben bringen. und sie werden dir helfen, geistlich zu wachsen und reifer zu werden. Und andererseits, die Schrift lehrt uns, dass wir selber solche Menschen suchen müssen, dass wir näher zu den Menschen sind, die Gott leben, dass wir näher zu den Menschen sind, die weisen sind. Und ich möchte dich ermutigen, aktiv die Gemeinschaft mit solchen Menschen zu suchen. Viele sagen, ja, wenn jemand Gemeinschaft mit mir oder Freundschaft mit mir haben möchte, dann soll er doch vorbeikommen. Manchmal wird es so geschehen. Aber manchmal musst du selber dich auf die Suche beginnen. Deswegen haben wir auch die Hauskreisgruppen in der Gemeinde. Wir verstehen, dass in der Gemeinschaft das Leben des Menschen verändert wird. Wenn es eine Beziehung und ein offenes Herz miteinander, dann wird das Leben verändern. Wenn du in die Hauskreisgruppe gehst und du hast dort Freunde, die Gott kennen, dann wird sich dein Leben verändern. Wenn du einen Menschen in der Gemeinde siehst, der schon eine lange Zeit die Gemeinde besucht und sich nicht verändert, dann gehört er wahrscheinlich zu keiner Hauskreisgruppe an. Ich möchte einen kleinen Hinweis sagen, heute spreche ich, dass Gott Menschen gebraucht, um uns zu helfen, im Glauben zu wachsen. Und als Gott jemanden in unserem Leben gebraucht hat, der uns hilft, dann stellen wir diesen Menschen auf eine, ja, machen wir diesen Menschen eine kleine Siegerehrung. Das ist ein sehr wichtiger Mensch. Aber Gott möchte das nicht. Wir sind alle Menschen. Und manchmal können diese Menschen etwas Schlechtes machen. Manche Menschen kehren Gott den Rücken zu, weil sie von Menschen, die über Gottes Botschaft gesprochen haben, enttäuscht wurden. Sie haben Enttäuschung in den Dienern erfahren, in dem Pastor, in den Aposteln, egal, welche geistliche Stellung man hat. Alle Menschen sind Menschen. Und in einem Moment kannst du dich in jemandem enttäuschen. Aber unser Glaube besteht doch nicht auf den Menschen. Auch wenn Gott Menschen gebraucht. Aber wir bauen unseren Glauben nicht auf den Menschen auf, sondern wir bauen unseren Glauben auf Gott. Und Gott gebraucht die Menschen. Und das muss man verstehen und schätzen. Ich werde schon dem Ende kommen. Ich möchte dir eine Frage stellen. Um dich herum sind viele Menschen, die offen dir gegenüber sind, die aufrichtig dir gegenüber sind. Es gibt bestimmt diese Menschen, die Gott gebraucht hat. Gott hat diese Menschen in dein Leben geführt, damit sie dir besonders nahe sind. Frage ist, welchen Einfluss hast du denn auf das Leben dieser Menschen? Bist du für diese Menschen ein Mensch, der Gott kennt, der Gottes Einfluss ausübt? Ne важно, wer diese Leute sind. Ich habe schon bereits gesagt, es gibt Menschen, die dir besonders nahe stehen. Es gibt Menschen, denen du erlaubt hast, in deinem Leben zu sprechen. Erlaubst du denn Gott, das Werkzeug zu sein, das zu den Menschen in deiner Umgebung spricht? In Amerika wurde eine Studie durchgeführt. Und junge, gläubige Menschen wurden befragt, wer hatte den größten Einfluss in Bezug des Glaubens auf diese Menschen? Die Diener im Kindergottesdienst, oder in der Teenie-Gruppe, der Pastor, der Prediger. Und wisst ihr, was die Antwort war? Den größten Einfluss auf diese Kinder hatten die Eltern. Weil zu den Eltern die Kinder höchstmöglich offen sind. Sie erlauben den Eltern, in ihr Leben zu sprechen. Der Kindergottesdienst, der Jugendgottesdienst, die Predigten am Sonntag. Das alles ist sehr wichtig und hat auch den Anteil in dem Glauben unserer Kinder. Aber der größte Einfluss kommt von den Eltern. Das Tollste, was du für deine Kinder machen kannst, ist sie im Glauben zu unterweisen und dass du selbst im Glauben wächst und mit Gott deinen Weg gehst und Einfluss hast für die, die dir gegenüber offen sind. Das Schlechteste, was du für deine Kinder tun kannst, eine Versuchung für sie zu sein und eine Enttäuschung. Wenn du dich als Christ bezeichnest, aber wenn sie in dein Leben schauen, dann werden sie mehr enttäuscht als ermutigt. Das Beste, was du für dich und für deine Umgebung machen kannst, für die Menschen, die dir besonders nahe stehen, für diese erste Welle sozusagen, Gott näher zu kommen, ein Hinkrieg, zu sein, ein Diener Gottes und du wirst Einfluss auf deine Kinder haben, Einfluss auf deine Eltern, Einfluss auf deinen Ehemann, und die Ehefrau hat einen großen Einfluss auf den Ehemann. Einfluss auf deinem Ehemann, auf deine Ehefrau, auf deine Kollegen, auf die Menschen, die dich umgeben. das, was in dir ist, soll nicht weltlicher Müll sein, es soll Glaube sein, das Wort Gottes, die Schritte, die du für Gott getan hast, Erlebnisse in deinem Dienst, zwei Sachen, Gott übernatürlich benutzt die Menschen, die in unser Leben kommen, aber er braucht auch uns, damit wir auf andere Menschen Einfluss ausüben, die Menschen, die Gott in unser Leben gestellt hat, so wie dieser Philippus, er hat ihn zu diesem Wagen geführt, und Gott hat gesagt, Philippus, jetzt ist deine Zeit gekommen, jetzt wirst du dienen, und ich werde durch dich dienen. Gott sucht Menschen, die sich ihm annähern, die ihm glauben wachsen, die Raum für Gottes handeln lassen. Wir haben Menschen, wir haben Menschen, die offen sind, uns gegenüber, und wenn du deine eigene Studie machst, wirst du überrascht, wie viele Menschen offen dir gegenüber sind, die zum Beispiel von einem Prediger, einem Pastor, nie ein Wort annehmen, aber von dir persönlich, nicht ich werde sie erreichen, sondern du, du hast Einfluss auf diese Menschen, Frage ist nur welchen. Lass uns vor Gott aufstehen. Gott, wir haben einen großen Wunsch, dich zu kennen, dir ähnlicher zu werden, uns zu verändern. Gott, wir bedanken dir für die Momente in unserem Leben, wo du Menschen in unser Leben geschickt hast, die uns ermutigt haben, oder die uns überführt haben, die uns gelehrt haben, oder die uns geliebt haben. Gott, wir bedanken dir für alle Leiter, die du über uns gestellt hast, für alle Leiter der Hauskreisgruppen, für alle Leiter in jedem Dienst, für alle Seelsorger, die in unserem Leben waren, oder vielleicht auch sind, die uns gegenüber nicht gleichgültig waren. Danke dir, Jesus. Und genauso danken wir dir für die Menschen, die du in unser Leben geführt hast, und dessen Herzen uns gegenüber offen sind. Für unsere Kinder danken wir dir. Und auch für die Kinder, die noch geboren werden. Und wir sind dir dankbar, dass du uns fähig machst, Menschen zu sein, die dich lieben, und die dein Reich und den Glauben in die Herzen der Menschen bringen. Gott, ich bitte dich um den Segen für deine Gemeinde. Gott, schaffe durch uns, bewege durch uns, damit wir uns enthalten, damit wir dich noch mehr kennenlernen, damit wir noch mehr Frucht in deinem Reich bringen, und dadurch durch das Name, soll dein Name, Jesus, verherrlicht werden. In unserem Leben soll es Menschen geben, für die wir gute Leiter sind. Und mögen wir in unserem Leben die Jünger unserer Jünger sehen. Und für uns gibt es keine größere Freude, als unsere Kinder zu sehen, dass sie in deiner Wahrheit vor deinem Angesicht wandeln. Danke dir für alles, Jesus. Danke dir für alles, Jesus. Verherrlicht seist du für dein Wort, das Leben bringt. Verherrlicht sei dein Name.